Servus, liebe Leute und ihr seht Wir haben es gepackt 143.000 M-Coins Krass, aber wahr, wir haben es gepackt Und werden uns dann das Playster-Guthaben-Kartchen einzahlen lassen Oder einfach kaufen Ihr seht, Konto, geben wir nochmal drauf Danke an so viele Leute, die mitgemacht haben Macht immerhin weiter mit, ihr seht Ich hab, wartet, ich schau mal in wie viel paar Tagen wir das jetzt geschafft haben 15 Euro, einfach mal so Wartet, wartet, wartet Wann hab ich denn das Video hochgeladen Kostenlose Jams in Clash Royale oder so hab ich's genannt Ich schau grad noch Ich hab's gleich gewohnt, keine Sorge Bleibt einfach dran Ja, vor Einer Woche oder so Ich glaub es war eine Woche, ein Monat, keine Ahnung Wartet Ja, ich glaub vor einem Monat einfach Und ich hab selber gar nicht mal so aktiv gespielt Muss ich sagen, aber 15 Euro haben wir jetzt Und wenn ihr weiter und so weiter macht Werden wir natürlich noch viel mehr in Clash Royale investieren Oder halt euch verlosen Die Frage ist jetzt, was machen wir mit den 15 Euro? Was wollt ihr sehen? Wollt ihr es verlost haben? Oder sucht euch hier was aus? Soll ich es verlosen? Oder was machen wir? Ich werfe die 15 Euro Google Play Karte Dass ich entweder ein Chest Opening mach Oder dass ihr die ausbezahlt bekommt Eure Meinung, bitte in die Kommentare Also haut rein, bis dann Und man sieht sich bei einer weiteren Folge Clash Royale Kurzes Update war das nur Ciao, ciao Outro